Hey Mo, geiler, geiler... Neustadt. Oh, Neustadt. Wir kommen ja nochmal auf Neustadt, wie in Blobsberg, ne? Alter, das war fast doch nicht. Was kann, wen haben wir? Moritz Schleiffelder. Hey Mo, geiler, geiler... Neustadt. Oha. Hey Mo. Hey Mo hat uns einfach sein gesamtes Merchandise mitgegeben. Das ist schon mal extrem geil. Oh, das sind so Tücher, ne? Objektivtücher, ne? Nein, guck mach ich nicht. Die Sticker... Das ist geil. Sticker, eigene Schokolade... Ist das ein Magnet? Okay, ich lese mal ganz kurz vor, weil wir ja meinen Namen wenden. Erstmal danke für eure coole Aktion. Selbstverständlich lasse ich mir nicht entgeben, dabei mitzumachen. Zum einen habe ich euch mein offizielles Patronio geschickt. Falls das euch nicht reichen sollte, und weil ich auf den Shirts hoch bin, habe ich noch meinen BSE Bildband dazu gelegt. Vielleicht schreibt ihr jetzt auch noch einen Blick dahin zu werfen. Da ich die Bücher leider wieder brauche. Blablabla. Okay, super. Wohin möchtest du anfangen? BSE oder Patronio? Nee, Patronio. Okay. Das sieht ganz stark mit meiner Haut aus. Mega gut. So, ich hoffe wir sind im Bild. Vor allem in der Mitte. Das bist du wahrscheinlich, ja? Bist du das Elbamo? Geile Farbe, oder? Jetzt mal im Ernst. Orange? Ja, das ist halt dieses Gelb, ne? Ich finde es flashed mega. Geile Sticker. Ich fand generell den ganzen Kranz, den ich cool in der hat. Aber ich habe was anderes erwartet. Wahrscheinlich Porträt, oder? Ja, so ein bisschen, ähm... Porträt und Fashion. Werbe. Nee, eher auch so... Porträt, Fashion und Commercial. Mhm. Ah, hier. Nee, finde ich echt gut. Super. Ja, dann können wir hier mal... Mena. Okay, jetzt wisst ihr, wie eine Fotomappe aussieht. Eine richtige, komplette Fotomappe. Eine anständige Fotomappe. Sehr cool. Auch super mit... Also, ja, ich finde es ist mega rund mit der Farbe, dass die sich... Also, es war wahrscheinlich Zufall, ne? Dass die jetzt sich hier widerspiegeln. Ich denke, er hat genau für das Bild seine Mappenfarbe ausgemäht. Ha. Nee, mega. Finde ich auch cool. Oh, eigentlich auch schon gar nicht mehr. Warte, das ist ja geil. Ja, so ein bisschen. Komm, wir machen einfach mal so einen Sprung. Also, Sportporträts. Geile Hintergrundfarbe. Ich liebe blau. Neda. Ja, toll. Echt. Sehr gute Fotos. Wow. Und hier nochmal... Ach, er macht auch Film? Okay. Aha, aha, aha. Nee, großartig. Ja, geil. Geil Mo Mo Mo. Hey Mo Studio. Hammer. Ja. Schöne Marco, geiles Ding. Sehr gut. So, dann gucken wir noch was macht BSE. 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 Badische Stahlwerke. Badische Stahlwerke in einem eigenen Buch. Interessant. Mhm. Mit Werbeagentur zusammen. Okay, da waren glaube ich auch welche vom Portfoliobuch, ne? Ja. Es geht einfach nur durch. Ja. Aber ich... Ja. Soll man dazu sagen, ne? Super Qualität. Gute Motive, tolle Farben, super Bearbeitung. Ja. Hammer. Also, ich bin raus. Ich hab alles gesehen. Geiler Typ. Mega professionell. Mehr, mehr, mehr. Ja. Wundert mich, dass ich im Internet bisher an ihm vorbei bin. Ich auch. Darüber solltest du nachdenken. Genau. Woran das liegt. Also entweder uns penetrieren oder Facebook. Ja. Super. Geil. Toll. Schöne Geschichte. Sehr gut. Und danke für den Match. Den dürfen wir behalten, oder? Sticker ist ja so... Ne. Schickst du mit dazu. So. Was war denn heute hier? Wir haben hier äh... Also das gefällt mir sehr gut. Sehr geil. Jetzt musst du... Jetzt kannst du den Kuchen. So viel äh... So viel äh... So viel Dinges. Das gefällt mir auch. Ja. Auch geil. Auch hier mit dem fetten Rahmen. Mega schön. Ja, ja. Okay. Das war also ne Races-Reihe. Ich hab eben übrigens vorgelesen, aber zuhören kannst du ja auch nicht. Ne. War ja nicht damit adressiert. Danke. Ich hab nicht...